Und willkommen zu einer kleinen Runde Let's Play Team Fortress 2 Wo wir, wie ihr hier schon seht, versuchen in das Spiel von Zombie reinzukommen Und zwar ins Halloween Event Hell Tower bzw. hier PLR Hightower Event Ja, ich hab jetzt hier einfach mal verbunden Und ja, mal schauen, vielleicht schaffen wir es reinzukommen Es wäre natürlich mega cool, wirklich dann mal mit zu Um zusammen mit Zombie mal eine Runde zocken zu können Das würde ich derbe feiern Ja, und wir warten jetzt einfach mal Mal schauen, ob hier noch was passiert Das Stream soll ja noch bis um 10 gehen Jetzt ist es ja gerade um 10 Es wäre natürlich cool, wenn Mal da noch irgendwie Reinkommt, draufkommt Und ich Würde das jetzt einfach mal Versuchen wollen und wenn sich was tut Dann sind wir hier Alle wieder mit dabei, also Wir sehen uns Gut, äh, Zombie ist jetzt runter vom Server Äh, der Schlingel 01 und Mudado sind jetzt noch drauf Äh, der Schlingel kennt vielleicht der ein oder andere schon Von den Adventure Maps von Zombie Und ich bin immer noch dran, drauf zu kommen Mal schauen, ob mir das heute noch gelingt Wir sind jetzt auch auf dem Server mit Dem Schlingel und dem Mudado Alter, lasst mich hier oben in Ruhe Und hier seht ihr den Beweis links in meinem Team Und wir versuchen jetzt mal unser Bestes Was? Hier Es geht wohl los Jetzt muss ich mir wegen dem noch Medic holen Habt mal, schönen Dank Und damit müssten wir, soweit ich das jetzt weiß Auch mit im Livestream sein Hallo Von meiner Seite und willkommen im Stream Und sieht man es auch gerade wieder Mudado braucht Medic Gucken, dass wir mal einen von beiden im Screen hätten Das wäre natürlich mal nice Schle, nein, nein Nein, nein Ja, hier, haben wir Schlingel im Bild Ach, was Mein Mann, Mann, Mann Oh Nein Fuck Mist Ah, hier, da war gerade Hier Der Schlingel Und jetzt machen wir mal auf Mudado Mal schauen, was er so Feines macht Und ich hatte die Loro schon oben Es lief schon so gut Aber nein Und jetzt nochmal los, 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 los Wow Wow, 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 wow Was zum Teufel WTF Das gibt's doch nicht So Da geht's doch mal weiter Liebe Freunde der Nacht Und natürlich auch der gelb pflegte Unterhaltung hier Nur auf meinem Channel Nein, natürlich nicht Es gibt's auch noch auf anderen Channelen Aber ich mag den Channel hier Nein Nein Nein! Wir sind so knapp dran. Dann machen wir jetzt da drüben, machen wir mal Fernkampf. Na. Ey, ja. Hier oben, Mongo und Münster M1 und der Schlingel. Ja, ey, was soll denn das hier? Leute, die blaue Lohre, die rote Lohre, weg. Gehst du weg? Ihr geht alle weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Mann, wir kommen jetzt hier nicht mehr auf. Scheiße. Ein. Jetzt können wir nur noch hier versuchen. Nein. Nein. Pizzi, pizzi, pizzi. Alter, ist die Map geil. Wow, 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 lasst ihr mich alle in Ruhe hier. Was soll denn der Mist? Hallo, Freunde. Hallo, Freunde. Mongos und Mudados. Leute. Leute. Gut, dann müsste es ja jetzt in der nächsten Runde eigentlich weitergehen. Yeah, und ich bin ja live im Stream. Zweite von unten, da bin ich doch schon mal ganz zufrieden. Und ich habe ja gemerkt, ich habe ja die ganze Zeit noch Fernsehen an. Hoffentlich hat man das jetzt nicht so gehört. Gut, und wir ändern jetzt das Level und dann geht es weiter mit der Schlingel01 und Mudado. Ich muss sagen, ich freue mich riesig, dass das jetzt so geklappt hat. Gut, schade, dass Zombie runter ist, aber ich finde es trotzdem riesig cool, mit der Schlingel und Mudado aufnehmen zu können. Wir nehmen ja nicht zusammen auf, aber mit. Und, da sind wir jetzt einfach mal wieder heavy. Mal gucken. Mudado ist wieder in meinem Team, das ist cool. Und es geht hier. Wow! Wer will denn da was von mir? Ach, schade. Gut, Mudado ist bei uns. Sind aber auch noch nicht alle da. Manche kommen jetzt erst noch. Und wir begeben uns hier einfach mit zu Dolora und versuchen hier mein Team zu verteidigen. Und hier natürlich auch die Roten daran zu hindern. Daedalus hat mich umgebracht. Ja, Daedalus. Hm, mal schauen. Mal gucken, ob es mit der Black Box besser klappt. Ach ja. So. Leute, dann schauen wir doch mal. Ihr wollt also hier durch? Hallo! Was? Ehrlich? Das schreit doch schon nach Rache. Was? Er ist nur Spectator? Schade. Vielleicht zeigt er mich ja mal im Stream. Das wäre ja mal ganz interessant. Ob er mich im Stream zeigt, das finde ich wirklich cool. Moment. Wir haben jetzt einfach schon mal was in Lütchett geschrieben. Und dann schauen wir mal, dass wir hier Leroth mal ein bisschen latizmieren. Bing, bing, bing. Und wir sorgen jetzt mal dafür, dass hier keiner an die Lore kommt. Und wir geben uns jetzt mal hier ins Geldtümmel. Hier, wo die anderen alle sind. Was zum... Oh, fuck! Wow. Dann schreien wir doch einfach mal nach einem Medic. Und hier hinten räumen wir... 8-Bit hat mich umgebracht. Danke. 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 Ich sag mal so, ich bin nochmal heavy. Mal schauen. Irgendwie finde ich ja jetzt nicht ganz so eine richtige Klasse. Aber das werden wir ja noch sehen. Ob wir hier was finden. Hallo! Na, 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 na. Brains! Da, 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 da. Scheiße! Mann! Die Selbstversizidung gefunden. Das ist nice. Scheintotuhr. Das ist ein gutes Ding eigentlich. Das war jetzt, wenn ich mich nicht irre, die gelbe gewesen. Die ist gut. Schauen. Mr. Mongo Mudado. Ja. Das ist doch mal was Geiles. Liebe Freunde. Das ist doch mal was Geiles. 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 Mann! Fuck! Schade! Hätte ja klappen können, dass wir überleben. Das wäre mega cool gewesen. Aber so müssen wir eben... wieder versuchen reinzukommen. Ins Game... ...